Hallo ihr Lieben, ja, ähm, ich habe mir gedacht, da logischerweise in meinen Kommentaren auch ab und zu Fragen aufkommen, dass ich ab jetzt ab und zu ein Video hochladen werde, in dem ich die Fragen beantworten werde. Ich werde natürlich auch Kommentare kommentieren, die ich unbedingt kommentieren muss. Ich habe mir jetzt erstmal, habe ich mir ein paar rausgesucht für dieses Video und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet, dass ich sowas mache, ob ich sowas weiterhin machen soll oder nicht. Ist eure Entscheidung, ne? Ähm, ja. Und logischerweise in die Kommentare Fragen stellen und so, die ich dann vielleicht im nächsten Video beantworte. Ich weiß nicht, ob ich diesen Videos jetzt einen bestimmten Namen geben soll oder nicht. Also, ich finde es völlig wurscht wie Käse. Mir ist das total egal, ob das jetzt einen Namen hat oder nicht. Wenn ihr wollt, nenne ich es irgendwie, dann müsst ihr mir aber auch in die Kommentare einen Namen schreiben, den ich benutzen könnte für diese Videos. Ja, ne? Mehr weiß ich dazu nicht so zu sagen. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ich nehme Unterricht. Ähm, ich versuche mich natürlich in jeder Hinsicht zu verbessern. Natürlich, logischerweise, wenn ich Unterricht nehme. Ähm, ich nehme bald zwei Jahre ungefähr Unterricht. So, erste, zweite Klasse habe ich angefangen Klavier zu spielen, sieben Jahre. Und dann bin ich zum Gesangsunterricht gewechselt, weil ich halt schon seitdem ich klein bin, singe. auf Hochzeiten und so, so umgeschriebene, süße Lieder und so. Bam. Kekse. Ja. Du bist cool. Du bist cool. Casper, du bist cool. Lena, du auch. Aber Casper. Oh, ich liebe dieses Video. Ich bin behindert, ich weiß. Tut mir leid. Vielleicht, das weiß keiner. Wird nie jemand wissen, ob ich das jemals getan habe. Ich glaube, da war ein Müllwagen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Pink und Rot und Blond und Farbe und Hautfarbe und Türkis. Ich bin 15. Aber am 14.12.1996, Geburtstag. Zehn Tage vor Weihnachten. Wer es jetzt nicht ausrechnen konnte. Ne? Das wäre der schönste Moment in meinem ganzen Leben, wenn meine Tür mir zurück Hallo sagen würde. Also, ich kannte diese zwei Bands vorher nicht. Dann habe ich mir gedacht, kann man ja mal auf den Vorschlag eingehen und sich das anhören. Und dann... Yeah. Yeah. Ihr seid alle verdammt, wenn Monster anfangen zu rappen, kommt das Drama übers Hand. Ich hab das Business in der Hand, ich steh mit dem Rückkehr zu der Watt und baller um mich. Ja, und da dachte ich mir nur, singen. So was soll ich singen? Hm, also die zweite Band oder wie auch immer, find ich cool, mag ich. Ne? Aber das erste? Ah ja, genau. Okay, das war's dann auch schon mit meinem ersten Frage-Antworten-was-auch-emmer-Video. Wie gesagt, falls euch ein Name für so meine Videos einfällt, in die Kommentare. Falls Fragen, in die Kommentare. Und eins hab ich noch auf dem Herzen. Also, ich will euch jemanden vorstellen, sagen wir es so. Jemanden vorstellen, was auch immer. Auf jeden Fall müsst ihr unbedingt Homestyles-Videos abonnieren. Wenigstens angucken, wenn's euch nicht gefällt, kann ich ja nichts dafür. Aber guckt's euch wenigstens an. Ich mach euch, schicke euch, tue euch den Link da oder da oder da oder da hin. Mal okay, weiß ich noch nicht, entscheide ich mich nachher, wenn ich das Video bearbeite. Obwohl, bearbeiten kann man das nicht nennen, aber okay. Auf jeden Fall, guckt es euch an. Ich mag's, auf jeden Fall. Ähm, und, ja. Wenn's euch gefällt, erzählt's euren Freunden. Erzählt es weiter, keine Ahnung. Also, das Gleiche natürlich auch mit mir, also, wenn ihr wollt, ne. Ah! Ich bin ein bisschen behindert. Naja, ähm, dann war's das für heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis bald. Haare! 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 Batterie ist voll leer. Batterie ist voll leer. Ich steh mit dem Rüger zu, der Watt und Baller um mich, du dein Gott, ich bin bereit für den Entkampf. Du! Du bist irgendwo anders, irgendwo anders. Und ich spür dich nur noch schwach. Du bist irgendwo anders. Und ich spür dich nur noch schwach. Und ich spür dich nur noch schwach. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, außer, dass schon wieder ein Motorrad draußen ist. Könnt ihr mal leise sein, da. Das macht ihr nur, weil ich ein Video mache. Ja, und schon wieder ein Flugzeug. Und das Telefon klingelt, ey. Müllwagen, Flugzeug, Moppet, Telefon. Noch irgendwas, wenn ich Videos mache. Noch irgendwas, wenn ich Videos mache? Bis zum nächsten Mal.